Meine Mamita, die hatte verrückte Ideen. Für die Kraft Schauma und gegen das Austrocknen ein Schuss Milch. Und weil Milch so wichtig ist, gibt es jetzt ein neues Schauma. Das Schauma Feuchtigkeitspflegeschampoo mit hochwertigem Milchprotein gibt dem Haar Feuchtigkeit für mehr Geschmeidigkeit und mehr Glanz. Bis in die Spitzen von Schwarzkopf. Wenn Sie ein besseres Schampoo kennen als das, dann kaufen Sie es doch. Ich kenne nichts Besseres. Schauma von Schwarzkopf.